So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream. Ganz kurze Ankündigung nur, ich werde halt gleich auf Twitch online sein. Wenn du noch nicht bei Twitch dabei bist, einfach in der Videobeschreibung gucken, da habe ich extra Twitch nochmal verlinkt. Wegen Skinverlosung, sage ich jetzt schon heute, gibt es keinen Skin, den ich verlosen kann, weil halt kein 800 V-Bug Skin drin ist. Aber natürlich werden wir den Zuschauerrekord trotzdem knacken, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und ob wir dann vielleicht doch ein 1200 V-Bug Skin machen sollen, eigentlich umgehen, dann halt lieber eine 800er Pickaxe oder halt warten bis zur nächsten, bis zum nächsten 800er Skin. Müssen wir halt dann einfach mal gucken. So, eigentlich gibt es heute nicht viel zu sagen. Ist auch nicht viel passiert, kam gerade erst von der Arbeit, beziehungsweise eben, hab schon geduscht, etc. pp. Deshalb der Stream wird wahrscheinlich schon online sein, wenn du dieses Video siehst. Und dann würde ich sagen, gleich direkt rein in die Custom Games. Wir gucken noch kurz in Rette die Welt, was Rette die Welt betrifft. Kurz und knackig, es gibt heute keine V-Bugs. Einmal V-Bugs bekommen, das war es schon wieder an der Stelle. Also wenn wir heute nur ganz entspannt, gerade die Tagesaufgabe fertig machen und dann gehen wir direkt rein in die Custom Games. Entweder Solo oder Doom. Müssen wir gucken, wie viele generell aktiv sind. Und dann würde ich sagen, bis gleich im Stream. Und denkt dran, wenn ihr euch irgendwas kauft, gerne meinen Creator-Code benutzen. Y&T-Familyhack auf Ehre. Ihr kennt das ja. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich.